Aber ich habe hier was gebraucht, um die Angst zu besorgen. Warum soll sich Redi in die Kappe schicken? Weil ich gucke immer deine Videos. Und ja, keine Ahnung, weil ich dich richtig cool finde. Und das ist auch so eines meiner Mega-Idole. Hallo, ich finde dich cool. So, da muss eine Kappe her.